Ja, ich wollte jetzt nur noch mal ein Video machen, in dem ich erkläre, warum in letzter Zeit so verdammt wenig kommt. Denn es stört mich ja schon mittlerweile selber, dass ich einfach keine Videos mache. Oder wirklich nur alle paar Tage. Und dazu wollte ich mal einfach Stellung nehmen. Das alles hat einen simplen Grund. Und zwar, die Schule ist schon seit ein paar Monaten einfach unerträglich stressig. Und ich komme dann nach Hause und bin einfach gar nicht mehr zu gebrauchen. Also ich bin nicht krank oder sowas, aber ich bin einfach nur erschöpft und das ist so gut wie jeden Tag. Und ja, ich zocke noch, das kann ich noch, aber ich bin einfach dann nicht in der Stimmung noch, unterhalten zu sein. Habe ich auch das Gefühl, dann wären meine Videos gar nicht gut. Und natürlich würde ich dann schneller mit den Spielen durchkommen, nicht immer mit Let's Player. Aber ja, irgendwie ist mir meine Stimmung dann doch wichtiger, dass das alles gut ist. Ich plane auch einen Schulwechsel. Ich weiß, das war jetzt auf dieser Schule das einzige Jahr, aber das ist einfach nichts für mich. Ich gehe in eine Privatschule und wer weiß, vielleicht wird das dann alles einfacher. Vielleicht bin ich dann nicht mehr immer so gestresst und die Videos werden wieder häufiger kommen. Das kann durchaus passieren. Vor allem in den letzten paar Tagen war es auch noch so heiß. Es ist immer noch, vielleicht hört ihr den Ventilator hier neben mir. Vielleicht auch nicht. Aber der ist da. Und es ist einfach unerträglich. Ich kriege auch kaum noch Schlaf. Und ja. Das war es doch eigentlich schon. Es ist ein simpler Grund, aber es ist ein, in meinen Augen, sehr guter Grund, warum ich nicht viel aufnehme. Ich will mich jetzt auch nicht hier rausreden. Ich fühle mich ja schon schlecht darüber, weil ich nehme eigentlich gerne auf, aber ich bin halt einfach nicht zufrieden mit meinen Videos, wenn ich nicht schon vorher in guter Stimmung war. Und deshalb nehme ich nur auf, wenn ich in guter Stimmung bin. Und das ist halt leider nicht jeden Tag. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es mir schlecht geht insgesamt in meinem Leben. Es geht deutlich besser schon, aber depressiv bin ich jetzt nicht oder so. Ich bin einfach nur tagsüber viel zu erschöpft von allem. Und es braucht dann meine Ruhe und kann gerade dann einfach nicht so einen auf lustig machen. Und unterhaltend sein. Ja. Ich hoffe, ihr versteht das irgendwie. Ich versuche in den Sommerferien dann wieder ein bisschen mehr zu machen, wenn es nicht allzu heiß wird. Ich habe auch noch zwei Parts von einem Projekt, das ich schon angefangen habe aufzunehmen, aber noch nicht veröffentlicht habe. Ich könnte die veröffentlichen. Das könnte ich, aber müsst ihr da so lange auf den nächsten Part warten und... Nee. Nee, ich lasse das noch. Ihr werdet es irgendwann sehen, aber jetzt nicht. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal, wann auch immer das ist. Ja. Ciao. 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 Ciao.